hey leute und herzlich willkommen auf meinem kanal mit der nächsten folge der sturm graz karriere auf fifa 19 ja sturm ist leider abgestürzt auf den sechsten platz und wie ihr seht der nächste gegner ist hartberg da haben wir mal gewohnt hab ich mal gewohnt muss man sagen und ihr habt ihr verfolgt mich schon sehr lange und ja ihr seid die besten ihr seid meine patienten und wir starten hier direkt rein nach langer langer zeit also nach langer zeit sage ich jetzt wieder mal zeit mit einer fifa 19 karriere ich sehe hier die motivea können wir den ausleihen eventuell wäre ein guter stürmer ja und dazu möchte ich noch sagen ich war in letzter zeit auch im stadion gegen sein welt nicht da war ich in oberösterreich letztes wochenende und davor war ich gegen wacker innsbruck dabei und dazu hat der liebe de lenz tv natürlich auch ein video gemacht mit mir gemeinsam seine seine spiel spielbericht vorschau live stream und seine spiel nachbericht gott sei dank ist dieser dieser vogel weg der hatte doch einen vor eigentlich muss man dazu sagen und geben wir alle mal jetzt roman mehle ich die chance würde ich behaupten und würde ich sagen obwohl es nicht die beste lösung ist würde ich sagen dass wir die chance geben sollen sollten obwohl sie nicht die beste lösung ist so weil ein dino das aber kann man nicht holen timothy wehrer können wir eine laie vielleicht haben ist glaube ich der sohn von george wäre wenn mich nicht alles täuscht so normal beginnen wir mit der leihdauer sind sie damit einverstanden okay passt 50 50 seid ihr damit zufrieden gut vertreter von bsg das heißt wir leihen uns direkt die motiviert schulden lassen können wir den ausleihen glaube ich eher nicht kauf delegieren der verein wurde gekürzt gekauft patrick ehler florian flecker michael lindl leihdelegieren ist zu gering florian flecker von harzberg leihdelegieren ist zu gering ja schade dann haben wir hier die motivier als leihspieler mal schauen ob der kommt gut ja schreibt in die kommentare was sie davon haltet dass roman mehlich neuer trainer ist leih von wehr abgelehnt zuerst stimmt dazu und dann wird das abgelehnt schützen aus verkauft und sehr angebot für fabian koch 920.000 das angebot lehnen wir natürlich direkt ab wir möchten diesen spieler behalten so was ist die der grund sind beendet jetzt abgelehnt ok gut schreibt wie gesagt in die kommentare was ihr von was ihr davon hält dass roman mehlich neuer trainer bei sturm graz ist husbeck lehnen wir ab der will ja nicht unbedingt nach arabien wechseln damit sind wir heute zu gast gegen die sv harzberg die sv hartberg und damit steht die startaufstellung fest ist alles korrekt grüße gehen an dieser stelle raus an nikki 1909 oder wir hier auf youtube heißt mit ihm habe ich am meisten spaß im stadion und ja natürlich komme ich wieder öfters keine sorge ist ein versprechen außer ich bin privat verhindert du kannst nicht immer im stadion sein sagt eine frau jetzt habe ich keine frau aber wenn wieder frau kommt werde die mitnehmen im stadion bist du gelernt sagt wie schaut es aus wie schaut es aus dsv hartberg mit einem superstar namens sakari ja vielleicht hat jemand lust pro clubs gemeinsam zu spielen und die anderen herrschaften können natürlich auch gegen mich spielen ist kein problem online bin ich der größte nur dann nehme ich es nicht zu ernst zu spielen nicht so oft sonst müsste ich trainieren schnelles laufspiel gut überspielt jetzt muss die chance gelingen gut gemacht das gibt es nicht war da der eigene mann im weg nein aber trotzdem könnte man den besser verwandeln aber hier sieht man dass was für eine flanke man hat einfach so einen außenriss angenommen mit markus lack man sieht schon die hartberger sind sehr aggressiv durchgespielt und da kommt man nicht entweder halten sie nicht gerne den ball oder sie kommen nicht durch lächerlich hier aber wir müssen auf das schnelle umschaltspiel der hartberger aufpassen dafür sind sie gefürchtet gut aufgepasst und dabei ist schon wieder bei den hartbergern vielleicht sollten wir ein schnelles umschaltspiel auch einbauen einfach achtung riesenschance jetzt das gibt es nicht da kommt er nicht an den ball war werden koch und wir haben gewarnt vor zahlen also sakari sakaria sanogo ja dann haben wir es einfach ein zungenbrecher und plötzlich ist hartberg da einfach so aus dem nichts machen sie das tor das gibt es nicht und jetzt musst du wieder gas geben sonst landen sie weit unten in der tabelle schön durchgesteckt es ist wieder ein hartberger dazwischen schade eckwald nummero zwei lukas spenhofer lukas spenhofer was macht denn er hier so ab und es gibt die nächste ecke es ist immer einer dazwischen wir müssen uns bessere ecken einfallen lassen hoppala hochwärts und das schnelle umschaltspiel der hartberger funktioniert eindeutig nicht sehr gut aber dennoch jetzt wird angezeigt dass er bereit ist er bleibt er hängen schade schade der komper an aber der torhüter ist da dran rennes wette riesen chance eigentlich für sturm und jetzt wieder der junge schule schade was für ein eigentour wäre das denn geworden das müsste man noch einmal der wiederholung zeigen ein traum von chance aber die ecke geht auch irgendwie komplett daneben das heißt wir müssen hier von vorne anfangen wir haben ein lockeres aufbauspiel wir müssen die hartberger müde machen so wieso ist er da so schnell dran schade so überall ist ein fuß dazwischen die stellen sich ja hinten richtig rein die wissen was sie tun die stellen sich wirklich hinten tief rein tief stellen sie sich rein tiefer als der marianen genau da kommt man nicht vorbei schade sehr schade sehr schade und jetzt müssen wir wieder aufpassen Achtung Hallo Goalie ok ok das war ziemlich knapp 1 zu 0 nach einer halben Stunde ist natürlich nicht der Weltstar-Fußball hier so schnelles aufbauspiel und das ist wieder dahin weil ein hartberger dazwischen ist schön ja wenn sich hier die Herrschaften ein bisschen besser freistellen da sieht er dass Fabian Koch wieder über die Seite kommt Achtung gut verpackt und jetzt der Kopfball und der geht drüber armer Peter Schuh wenn es schul war und jetzt der Kopfball bis zur Seite hoppala weil du kommst hier nirgends wo vorbei die stehen eng an dem Mann jetzt mal über die andere Seite sehr gut gemacht so wer stellt sich hier nicht in den Weg da ist und das ist das Ausgleichstor oder? ja Eze Emeka Eze Freite ein Tor wunderschön gemacht schön gesehen dass sich hier Fabian Koch löst und damit hat er die Flanke gebracht und es steht eins zu eins wunderschön gemacht eigentlich sehr gut gemacht und so muss es eigentlich in der Donaut weitergehen die Hartberger oh Eze 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 ok da kann er sich nicht durchsetzen hat die Abwehr aufgepasst wirst du mich pflanzen? zuerst geht es rein oder nicht? na lässt er sich hier den Ball nicht abjagen das ist sehr schade ah wieder abgefälscht sehr schade Hierländer ist auch schon am Zahn seines Zenix der braucht die Pause jetzt unbedingt Achtung wieder die gefährliche Seite über Sanobo ja da schläft die Abwehr ja Hallöchen und Dario Maresic der übrigens ziemlich hart eingestiegen ist gegen St. Pölten habe ich gesehen also was macht der Gole hier? äh der sollte auf den Ball zulaufen eigentlich gut durchgesetzt uuuh ziemlich hart eingestiegen so in etwa ist Maresic eingestiegen aber hier hat Hierländer echtes Glück 3 Minuten Nachspielzeit sehe ich gerade ui brutal einfach brutal raus damit schnelles Umschuldspielen geht sich nicht aus der Schiedsrichter hat das Pfeifer im Mund auf Deutsch gesagt und damit gehts weiter was ist da? Oh Zurek vielleicht eine kleine Umstellung wir haben keinen Ersatztorhüter ist auch sehr schade wir könnten in der zweiten Halbzeit den schnellen Husbeck bringen ich habe da vermutet ich habe statt Hierländer Husbeck aufgestellt hoppala das war es wieder mal komplett hier wird sehr schnell überspielt oh die spielen aber ziemlich schnell was ist denn hier los? Achtung gefährliche Flanke aber da hat Sanobu einmal weniger geschalten mit seinem Köpfchen mit seinem Spiel und ja knall komm schon das muss schneller gehen gibt es doch gar nicht es gibt es nicht Achtung wieder der schnelle Sanobu Sanobu und ganz gut aufgepasst der geht auf nein da geht nicht raus Sanobu Sanobu ist soo stark am Ball jetzt mal weniger Achtung dann kriegst du den Ball nicht weg und sie bleiben mit viel Glück im Ballbesitz und Sanobu kämpft um jeden Ball der will heute mehr als nur ein Tor machen er will heute mehr als nur ein Tor machen soo gut gelöst und hier leint er jetzt mal da hat er sich zu viel gespielt Achtung die rennen sich gegenseitig rein typische Computer ach komm schon jetzt reicht es aber mal warum verliert ihr immer den Ball hier gut gemacht der ist aber sehr querschlag meine Güte was ist denn hier los ihr kriegt den Ball nicht weg jetzt kassieren sie es gleich werdet ihr sehen Achtung gut abgezogen und es gibt den Abstoß die Hartberger drücken und Sanobu wird runtergenommen Florian Flecker kommt jetzt machen sie den Druck Etze aha und gut erobert von Etze Etze jetzt mit der riesen Gelegenheit was macht er denn ein Tor Wahnsinn 2-1 was wäre das denn für eine peinliche Aktion gewesen Stefan Hierländer der ja beim Spiel gegen Wacker Innsbruck das leere Tor nicht einmal getroffen hat zweimal sogar sehr schade aber hier trifft er unser Stefan Hierländer sehr schön gemacht ein Foul von hinten und dafür gibt es die gelbe Karte für Geisler Daniel das hätte auch rot sein können ist aber nicht unbedingt durch soo wo kann man da hinspielen nicht hier aber hier so so spielt man es auch gut und da ist einer ziemlich lästig sehr schön ja jetzt haben wir wieder aus 70 Minuten gespielt jetzt sollten auch wir mal wechseln über rechts sollte ein gewisser Herr Husbeck kommen Philipp Hosiner darf natürlich auch seine Chance nutzen und wir stabilisieren eventuell die Abwehr mit Valentino Müller vor der Abwehr stabilisieren wir ein wenig Dreierwechsel ob das etwas bewirkt sehen wir gleich es geht ziemlich schnell war hier ein Abseits dabei ja hier stand einer im Abseits Markus Wagner schön abgespielt ja das ist sehr spitz gewesen sehr schön es ist immer ein scheiß Haxen dazwischen das ist ziemlich schwierig hier etwas aufzubauen aber er kommt an den Ball da fischte er ihn und es müssen diese drei Punkte her es müssen diese drei Punkte her sonst ist Sturm weg vom Fenster der ist draußen wieder sehr schnell gemacht und die Flanke kommt einfach nicht an das war da jetzt beim Torhüter los da ist er denn in den Torhüter gelaufen ach komm schon Geisler auch er mit der gelben Karte ziemlich bedient kein Abseits und dann zieht er ab und René Svete ist hier am Ball und wir können die Anspielstation nicht benutzen ah ja im Nachhinein natürlich natürlich im Nachhinein gelbe Härte und Lackner und Kohl sind hier relativ bedient schön schön kommt er da ran da muss er ran aber zieht einfach von dem Spieler mit und trifft den Ball hallo hallo gibt sie nicht so Achtung böses Foul und erobert den Ball jetzt da jetzt muss es soweit sein schön über oben 3-1 gut jetzt gibt es die gelbe Karte für Fili Guzbeck und der Ball ging nicht ins Tor sehr schade eigentlich hätte sich Sturm verdient und die drei Punkte sind da da kann man sich gerne wie möglich danach anrauchen und ja drei Punkte sind drei Punkte egal wie dreckig sie erkämpft würden und arm und füßig hat Hartberg das Spiel in der Hand gehabt von der ersten Minute an aber wir haben gut dagegen gehalten meine Mannschaft hat gut dagegen gehalten und natürlich ist es nicht von schlechten Eltern wenn hier Gas gegeben wird WRC gegen Innsbruck 2-1 Samstag 25. August ja jetzt schauen wir mal was da noch alles rauskommt Bayern Mölkern 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 alles was 10 Millionen für Peter Schul oh mein Gott da muss ich jetzt wirklich eine anrauchen 10 Millionen für Peter Schul bezahlt Wahnsinn und Guam Xu ist an Jörg Siebenhandel so können wir das ablehnen keine Aktion verfügbar 10 Millionen Euro für Peter Schul Wahnsinn das da müssen wir eigentlich andere Spieler kassieren Peter Schul wird hier einfach so abgekauft ja gibt's denn das wo gibt's denn das nur hier in FIFA am FC Köln ja Halleluja meine Freunde was ist denn hier los Peter Schul der Transferschock und 10 Millionen Euro weg sind da gut dann müssen wir uns um eine Verstärkung im Mittelfeld umschauen einmal fühlt sich nicht schlecht wir schauen uns gerne um Transferzentrale Wunschliste Larsen vielleicht können wir jetzt Larsen holen nein Valentino Rosaro Kauf Delegieren er ist nicht bereit Kauf Delegieren was ist ein R-Wert Alex Isak Michael Lindl Timothy Wer kann man den Kauf benutzen ja wen kann man da kaufen eigene Angebote erhaltende Angebote Valentino Müller auf der Transfährliste das sind ganz gute Spieler jetzt schauen wir mal fürs Mittelfeld keine Spieler gefunden Anthony Cura batzender K wäre ein interessanter Spieler der hat eine starke Schnelligkeit Florian Sotoccia aber ich möchte einen Mittelfeldspieler das heißt Scouting läuft hier noch ok Yusuf Sari Lucas Venuto wäre ja auch ein flinker Spieler oder wir setzen das in den eigenen Jugendstab und heuern einen Scout an Konstantin Bindhammer belgischer Team ein Scout mit mehr Erfahrung für eine größere Anzahl an Spielern wir könnten sie in die eigene Jugend setzen Transferbudget 16 Millionen ja meine Freunde dann würde ich sagen raus mit den Transfervorschlägen 16 Millionen Euro Transferbudget raus mit den Transfervorschlägen welcher Spieler soll kommen fürs Mittelfeld oder habt ihr eine Rakete die sofort zum Kaufen ist und nicht erst in ein paar Saisonen 16 Millionen ist ziemlich gut meine Herrschaften da muss ein Spieler der Sonderklasse her und ich schau mal in der eigenen Liga bei der Konkurrenz mich um natürlich Österreichische Bundesliga wir gehen zum HC das hätte natürlich einer gerne wir schauen bei Red Bull Salzburg Batzendaka Mittelfeld Zlatko Junuzvic ist frisch gekommen Samaseko würde mich interessieren Hannes Wolf der wäre ein richtig geiler Ersatz mit seinen 19 könnte uns helfen Schaboschle Xawaschlager oder ich schau gut Xawaschlager wäre natürlich auch eine interessante Transferaktie Hannes Wolf natürlich auch nicht schlecht nicht schlecht und für die Verteidigung damit die Verteidigung besser wird aber das überlasse ich euch ihr könnt von jedem Verein etwas vorschlagen haut's raus die Kommentare und haut rein lasst einen Daumen nach oben da ich freue mich dass ihr hier Kommentare da lasst und ciao bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen